Herzlich Willkommen zum Aufbaukurs Telegraphie. Der Sprecher ist Delta Lima 8 Mike Hotel. Willkommen zu Lektion 10 in diesem CW-Aufbaukurs. Heute werden wir die Geschwindigkeit weiter steigern. Das heißt, ich gebe Zeichen mit 20 WPM. 20 WPM, allerdings zwischen jedem Zeichen ein Leerzeichen. 20 WPM, immer ein Leerzeichen zwischen den einzelnen Zeichen. Bitte notieren Sie die folgenden 50 Zeichen jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Deus! Belekm veces! Belekm veces! Belekm's! és Belekm – Belekm – Belekm recehe! So, ich lese vor, um welche Zeichen es sich gehandelt hat. Bitte korrigieren Sie. 1 0 7 7 Charlie Golf 7 Uniform 8 4 Foxtrot X-Ray Punkt Lima Foxtrot Romeo Oscar Delta Frage Sierra Sierra Uniform Kilo 1 Juliet Sierra Foxtrot Foxtrot 2 November 1 Yankee Charlie X-Ray 2 Golf Slash Victor Papa X-Ray India 5 0 4 Delta Lima 2 6 7 Oscar Das waren die ersten 50 Zeichen. Es folgen 50 weitere. Bitte notieren Sie diese. Flöpung 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, ich lese wieder vor. Delta, Whisky, Quiebeck, Romeo, Sulu 9, Frage, 0, Mike, Frage Slash, Bravo, Slash, 0, Quiebeck Punkt, Mike, X-Ray, 1, 9 Es folgen sofort 50 weitere Zeichen. Bitte notieren Sie nun auch diese. Punkt, Mike, X-Ray, 1, 9 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 Punkt, Mike, X-Ray, 2, 10 Punkt, Mike, X-Ray, 1, 9 om zochs, bei euch們 collateralis price So, ich lese den dritten Block der heutigen Lektion vor. 9. November 6. Bravo X-Ray Sulu Sierra 4 5 India Alpha November Yankee 2 Lima Bravo Whisky 5 Mike Bravo Slash Tango Kilo 4 Delta Echo Yankee 2 Echo Hotel Oscar 3 9 Punkt 3 Papa Whisky 7 Hotel Hotel 4 November Mike Kilo 5 Oscar Echo 7 India So, es ist fast geschafft. Es folgen nun die letzten 50 Zeichen und bitte notieren Sie jetzt. 3 2 1 1 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ich lese die letzten Zeichen vor. Oskar 8, 0, Delta, November. 7, Frage, Whisky 2, 9. Papa, 7, Alpha, November, November. India, 7, Punkt, Oskar, Quebec. 7, Oskar, Romeo, 7, Slash. 7, Lima, 1, Hotel, Frage. 2, Golf, Golf, Romeo, 4. 4, Echo, November, Foxtrot, Kilo, Yankee. Mike, 5, Delta, Romeo. 6, Charlie, Foxtrot, 4, 9. So, das soll es für heute gewesen sein, für die Lektion 10. Wir haben das eigentliche Ziel des Aufbaukurses mit 20 WPM Zeichengeschwindigkeit erreicht und werden in den nächsten beiden Lektionen lediglich noch die Abstände zwischen den Zeichen etwas verringern. Bitte üben Sie diese Lektion so lange, bis die Zeichen fehlerfrei sitzen und wechseln Sie erst dann zur nächsten Lektion. Viel Spaß beim Lernen und 73 wünscht Delta Lima 8, Mike Huttel.